Hallo und herzlich willkommen bei meinem Vortrag über den Linux Arbeitsplatz. In den nächsten 30 Minuten werden wir uns das Ganze mal genauer anschauen und ich werde euch einfach mal so zeigen, was der Linux Arbeitsplatz ist, wie er technisch aufgebaut ist, wofür man ihn nutzen kann und vielleicht auch so ein bisschen wie man ihn nutzt und was denn auch tatsächlich die nächsten Schritte sind, vor allem die neue Administrationsoberfläche. Die gerade in Entwicklung ist und die tatsächlich schon bei den ersten Produktiveinsatzen, äh Instanzen im Einsatz ist. Ich würde mal sagen, lasst uns direkt loslegen. Mein Name ist Jean-Franich Vogelbacher. Ich studiere Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und das im Master. Habe unter anderem den YouTube-Kanal Linux Guides, den ihr vielleicht kennt und bin in der Server-Administration tatsächlich relativ neu. Ich bin erst seit 2020 so richtig aktiv, würde ich mal sagen, in der Administration und in der kommerziellen Administration, vor allem auch für Linux, aber auch im Server-Bereich bin ich seit 2022, geben dann mittlerweile Support an viele, viele hunderte Kunden mittlerweile über die Zeit und genau sind damit eigentlich super zufrieden, die eigentlich fast alle Kunden auch. Ich habe jedenfalls noch nicht von negativen Berichten gehört, von daher ist das eigentlich auch ganz schön. Und ich würde mal sagen, ich bin tatsächlich noch relativ jung, bin erst Anfang 20, ähm, von daher, ähm, denke ich vielleicht an der einen oder anderen Ecke etwas anders als vielleicht jetzt ein herkömmlicher Linux-System-Administrator, ähm, der jetzt vielleicht schon 10 oder 20 Jahre oder vielleicht auch schon länger, ähm, aktiv ist und von daher habe ich jetzt tatsächlich, ähm, in meiner Naivität angefangen, im Jahr 2022 den Linux-Arbeitsplatz zu erschaffen, ähm, ähm, warum? Und was da ist, das kommen wir gleich darauf, aber warum eigentlich? Warum habe ich mir gesagt, hey, eigentlich muss es da doch irgendwas geben, ähm, womit wir, äh, in der Open-Source-Welt etwas besser, ich sag mal, nach außen treten können unter anderem? Und zwar einer meiner Hauptpunkte, warum die Open-Source und freie Software manchmal, ähm, nicht so gut, äh, zugänglich ist, beziehungsweise, ähm, absolut nicht groß verbreitet, ist tatsächlich die Zugänglichkeit. Es ist teilweise sehr, sehr schwer an, äh, Software zu kommen, ähm, die man dann auch wirklich nutzen kann oder produktiv einsetzen kann, ähm, und nicht erst mal 30 Dokumentationen durchwälzen muss, überspitzt gesagt, bis man da jetzt irgendwas zum Laufen bekommen hat. Und natürlich, weil es tatsächlich auch technisch schon Herausforderungen hat, vor allen Dingen im Server-Bereich, wo sich der Linux-Arbeitsplatz auch zum Teil bewegt, ähm, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. So. Von daher, wenn jetzt eine Organisation oder Person auf Linux wechseln möchte, nebenbei aktuell durch den neuen Service-Vertrag von Microsoft, ähm, aber auch davor und natürlich jetzt auch gut danach, ähm, bekommen wir doch sehr, sehr viele Anfragen von Organisationen, Unternehmen, aber auch vielleicht auch manchmal Einzelpersonen, die auf Linux wechseln wollen, die einfach von Windows weg wollen, weg wollen. Und das ist einfacher gesagt als getan tatsächlich, ähm, denn man hat so viele Sachen abzuklären. Was für Distribution nimmt man, welche Dienste nimmt man, welchen Desktop, was für Konzepte in der Systemadministration, welches Backup-Konzept, welches Software läuft wie auf Linux, ähm, was kann ich denn als Alternative zu Cloud nutzen, wie richte ich das ein, wie ziehe ich das gescheit um und so weiter, wer setzt das Ganze überhaupt um, wer kennt sich denn damit aus. Tatsächlich sind das Fragen, die sehr, sehr, sehr viele Leute haben, ähm, und da auf, äh, uns in der letzten Zeit zugegangen sind und da wollen wir natürlich genau die Lücke schließen und schauen, okay, gut, wir wollen am Ende, ähm, eine, ähm, ein Produkt anbieten, ähm, womit man sehr, sehr einfach von Windows rauf auf Linux wechseln kann, ähm, und tatsächlich am Ende auch einen sehr produktiven und übersichtlichem und auch einfachen Arbeitsplatz hat, ähm, der trotzdem eigentlich alle, ähm, bekannten Funktionen, die man so erwartet, unterstützt. Das ist das Ziel. Ähm, die proprietäre Konkurrenz hier Google, Microsoft 360, äh, die sind da tatsächlich, die haben das optimiert, muss man sagen, ganz klar, sind auch etwas größere Softwarefirmen aktuell, ja, ähm, sicher auch noch in der weiten, weiten Zukunft auf jeden Fall, da sehe ich die Ambitionen gar nicht, aber, ähm, sagen wir es so, die haben einfach eine Megapower, ne, und damit haben sie tatsächlich das so einfach gemacht, mit einem Klick und mit der Angabe der Kreditkartennummer kann man sich dann so ein Office 360 Paket sehr, sehr einfach einrichten und installieren und, äh, das ist natürlich echt cool, man hat eine sehr, sehr einfache Zugänglichkeit hier geschaffen und das ist meiner Ansicht nach einer der Hauptprobleme, die wir in Linux und im Open Source Bereich haben, ähm, dass das Ding nicht zugänglich ist. So viel ist nicht zugänglich und das wollen wir eben abnehmen und da wollen wir die Lücke schließen. Genau, und deswegen gibt es den Linux Arbeitsplatz, findensweise habe ich den ins Leben gerufen. Nebenbei, der hat nichts zu tun mit dem Linux Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein, ähm, die, ähm, sind, äh, gerade dabei, die öffentliche Verwaltung mit über 40.000 Arbeitsplätzen auf Linux umzustellen, das heißt tatsächlich auch Linux Arbeitsplatz. Linux Arbeitsplatz ist aktuell auch nur ein Arbeitstitel, ähm, vielleicht benennt sich das Ganze auch nochmal um, bis jetzt habe ich noch keinen wirklich tollen, ähm, Namen gefunden, viele Vorschläge schon bekommen, auch viele Vorschläge gemacht, aber soweit, der Arbeitstitel passt erstmal noch und er sagt eigentlich genau das aus, was er sein soll. Ja, was ist denn das? Das ist am Ende ein Gesamtkonzept für die, fast für die IT, würde ich mal sagen, was, äh, im Bereich Cloud angeht, die Dokumentenbearbeitung, äh, die Chats für Meetings, Online-Meetings, für die E-Mail und, ich sag mal, für die Produktivität generell. Dann einmal einen funktionalen, relativ wartungsarmen Linux Desktop, also eine Linux Arbeitsfläche, die grundlegend auch Windows Desktops in Anführungszeichen unterstützt. Und was es damit auf sich hat, zeige ich euch nochmal später etwas genauer, ähm, und, äh, dass man sich da, ich sag mal, relativ einfach einfinden kann. Wir wollen nicht Windows nachbauen, meiner Ansicht nach würde das in die falsche Richtung gehen und auch das falsche Signal aussenden, aber wir wollen es den Windows umsteigern, so einfach wie möglich zu machen, Linux zu nutzen. Dann außerdem die Unterstützung der gängigen, proprietären Industrieformaten, so gut wie möglich, also beispielsweise Klassiker, Word, Excel-Dateien und so weiter. Wenn wir die mit LibreOffice geöffnet haben, wer weiß, vielleicht hat das jeder von euch schon mal, die sind nicht immer super gut kompatibel, leider. Und da ändert sich bei LibreOffice anscheinend auch in den letzten Jahren nicht mehr so viel. Das finde ich persönlich sehr traurig und wirft LibreOffice so ein bisschen zurück. Klar, natürlich, philosophisch gesehen und alles mögliche kann ich das absolut nachvollziehen, ähm, aber, ähm, ja, man muss auch so ein bisschen, ja, auf die Menschen zugehen in gewisser Weise und, äh, die dort abholen, wo sie sind. Und, äh, das fehlt meiner Ansicht nach so häufig in der Linux- und Open-Source-Welt, auch bei anderen Projekten, sodass ich mir gesagt habe, okay, gut, da müssen wir was machen. Ja, äh, dann das Hosting auf eigener Hardware ist auch nochmal ganz wichtig. Das geht dann in Richtung digitale Souveränität, das heißt, man hat selber seine Daten in der eigenen Hand unter der kompletten Kontrolle, ähm, das ist tatsächlich auch ein Key-Feature vom Linux-Arbeitsplatz. Gibt's tatsächlich auch online für verschiedene Unternehmen, haben wir das jetzt auch in der Cloud dann sozusagen hochgesetzt, ähm, aber ich sag mal, die aller, allermeisten Linux-Arbeitsplatz haben, inklusive mir beispielsweise, wir haben das auf einem eigenen Server, ähm, der dann im eigenen Haus steht, ähm, und, äh, dann hat man natürlich ungeahnte Upload- und Download-Geschwindigkeiten. Das ist wirklich grandios, kann ich nur empfehlen, ähm, aber, äh, tatsächlich auch noch die Erreichbarkeit von draußen, wenn man möchte, und so weiter. Eigentlich dann ganz, ganz gutes, ähm, Konzept, sag ich mal. Ansonsten, wenn man ein größeres Unternehmen hat oder wenn man da mehr skalieren möchte langfristig, dann macht es vielleicht auch Sinn, das in die Cloud auszulagern. Wenn man sowieso viel Homeoffice hat, dann limitiert natürlich auch die, äh, Bandbreite von dem Internetanschluss. Aber generell soll beides unterstützt werden, sowohl, ähm, im lokalen Netz, sag ich mal, dass alles nur lokal erreichbar ist, oder auch im öffentlichen Netz, sag ich mal. Beides ist okay, beides, für beides ist der Linux-Arbeitsplatz ausgelegt. Insgesamt ein ausreichendes und ein einfaches Backup- und Sicherheitskonzept. Das heißt, wir wollen natürlich schauen, dass die Daten auch sicher sind, ähm, dass sie nicht abhanden kommen, dass das Ding nicht so einfach gehackt werden kann, und, äh, natürlich auch, dass im Falle eines Hardware-Fehlers oder sowas die Daten immer noch auf jeden Fall geschützt sind und, äh, man sich da einfach keine Gedanken machen muss. Ist meiner Ansicht nach essentiell. Äh, ohne diesen Punkt können wir es auch direkt lassen. Weiter geht es mit, äh, einem, ja, Konzept, sag ich mal. Ich versuche, den Linux-Arbeitsplatz modular aufzubauen. Das heißt, man kann sich dann zwischen verschiedenen Modulen auswählen, ähm, und man kann das tatsächlich darüber hinaus auch nochmal ganz eigen anpassen, und erweitern mit eigenen Diensten. Dann Ganze, das Ganze trifft auch tatsächlich auch nochmal Schulungen und ein eigenes Videoportal haben wir gebaut. Also das heißt, ähm, dass, äh, man tatsächlich auch quasi lernt, mit dem Linux-Arbeitsplatz richtig umzugehen, dass die Mitarbeiter richtig geschult werden und wenn man mal was nachgucken möchte, dann gibt es auch ein eigenes kleines Videoportal, wo dann die wichtigsten Funktionen nochmal abgebildet sind und erklärt werden. Genau, das ist wahlweise lokal oder global erreichbar, haben wir schon gehabt. Und dann geht es weiter mit der Zugänglichkeit, ähm, und zwar bezüglich der Administration. Aktuell, die meisten Linux-Arbeitsplätze werden tatsächlich noch komplett von uns verwaltet, weil das tatsächlich noch viel Arbeit in der Konsole ist. Ähm, langfristig, äh, wird es tatsächlich die Linux-Arbeitsplatzzentrale geben, so heißt das Projekt gerade, ihr seht, ähm, die Kreativität der Namensgebung, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, aber am Ende soll das halt eben ein einheitliches Administrationsinterface sein, was dann, ähm, den Linux-Arbeitsplatz, ich sag mal, womit man das ein bisschen verwalten kann, administrieren kann, was das Ding beinhaltet, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und die aktuelle Ausrichtung ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ähm, wir richten das aktuell bei, für kleine Unternehmen mit bis zu 100 Nutzern oder auch Familien oder Einzelunternehmern oder sowas aus. Also, ich sag mal, bis zu 100 Nutzer ist die Grenze aktuell. Ähm, langfristig wollen wir da natürlich auch das größer machen, aber dafür müssen wir erstmal das mit den bis zu 100 Nutzern, ähm, gut, ich sag mal, auslasten und ich sag mal, auch, ähm, genau, weiter Erfahrung sammeln, bevor wir da nochmal einen Schritt höher gehen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich schon relativ viel so erstmal gesehen. Ich würde sagen, lassen wir, oder beziehungsweise erstmal einen Text gesehen, lass uns doch einfach mal anschauen, was denn der Linux-Arbeitsplatz ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, am Anfang haben wir hier natürlich einen Desktop. Das ist jetzt so der Linux-Arbeitsplatz-Desktop, so ungefähr, wie ich ihn empfehlen würde. Ihr seht, da hat sich gar nicht so viel verändert zu einem ganz normalen Linux-Mint-Desktop. Das kommt als Desktop-System im Einsatz. Wenn man jetzt aber ein Ubuntu oder ein anderes System haben möchte, unterstützen wir das grundlegend aus. Auch, aber, ähm, neuen Leuten, ähm, empfehlen wir eigentlich grundsätzlich immer Linux-Mint. Ähm, ist meiner Ansicht nach immer noch das beste Gesamtpaket, was man so in der Linux-Welt findet. Und wenn man mal neuere Hardware hat, da haben wir mittlerweile auch ziemlich viele Tools und Tweaks, womit man auch ein etwas eingestaubtes Linux-Mint von den Treibern her gut zum Laufen bekommt. Ja. Ähm, wir haben zwar eine Einbindung von der Cloud und so weiter lokal. Ich würde sagen, das zeige ich euch direkt einfach mal. Ähm, wir gehen mal in die Dateien und da haben wir natürlich einmal die Next Cloud mit drinnen. Das ist, ich sag mal, sowas wie Dropbox, wer das noch nicht kennt. Ähm, und da kann man dann alle seine Dateien, ich sag mal, direkt sehen. Die sind jetzt in dem Fall alle heruntergeladen. Je nachdem, bei den Arbeitsdateien würde ich es empfehlen, die tatsächlich zu synchronisieren auf den eigenen Rechner. Wenn sich hier was ändert, wird das hochsynchronisiert. Und andersrum wird es dann halt eben heruntergeladen und synchronisiert. Funktioniert eigentlich in der, ähm, Ausführung ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ansonsten hat die Cloud natürlich auch nochmal ein Interface im Netz, im Webbrowser, wovon man dann auch überall aus drauf zugreifen kann. Ich gehe da mal schnell drauf. Hier haben wir es, cloud.ly-ade in dem Fall. Und das ist jetzt hier eine Demo-Instanz. Und da haben wir natürlich jetzt mal am Anfang alle Dateien, so wie wir im Dateimanager haben, haben wir jetzt hier auch drin beispielsweise. Und, äh, die kann man dann, ähm, ich sag mal, das kann man dann mit Teams, äh, miteinander verwenden, also Gruppenordner verwenden. Man kann seine eigenen Dateien dort verwalten. Man kann Dateien hochladen, bearbeiten, auch online bearbeiten beispielsweise. Ähm, vor allem den Beispiel, also wenn man Word-Dateien hat, haben wir jetzt hier einmal OnlyOffice mit integriert, was tatsächlich auch ziemlich zuverlässig läuft, ähm, wenn man nur auf LibreOffice-Dateien oder den freien Dokumentformaten, ähm, ich sag mal, äh, wenn man darauf nur setzt, dann kann man tatsächlich auch Kollabore online verwenden. Äh, das schauen wir dann halt eben, was dann für das Unternehmen oder für den jeweiligen Nutzer das Beste ist und, ähm, packen das natürlich mit rein. Ansonsten auf dem Desktop haben wir nochmal als Office-Anwendung einmal Softmaker-Office häufig, dann wenn man tatsächlich einmal auf Word-Dateien setzt, ähm, meiner Ansicht nach doch die beste Alternative, wenn man wirklich mit Word-Dateien noch weiterarbeiten muss, was tatsächlich relativ viele leider noch machen müssen. Wobei auch immer mehr auch bei uns oder was wir mitbekommen, Leute, die früher, die mit den ganzen Word-Dokumenten von Windows herkamen, ähm, steigen jetzt auch nach und nach auf LibreOffice um, ähm, um dann tatsächlich da komplett, ähm, nicht mehr auf proprietäre Software setzen zu müssen, weil Softmaker-Office ist leider nicht Open Source. Das ist der große Haken daran. Ähm, ansonsten aber meiner Ansicht nach noch viel verträglicher, als wenn man jetzt hier ein MS-Office mit drin hätte. Am besten, man nutzt natürlich direkt schon LibreOffice auf Windows oder nutzt schon irgendwelche freien Dokumentformate, äh, dann ist man natürlich unter Linux mit dem LibreOffice am besten aufgehoben, ähm, ansonsten halt eben das Softmaker-Office. Ja, weiter geht es mit der E-Mail-Kommunikation, äh, dafür verwenden wir Thunderbird, das haben wir dann auch genauso, ich sag mal, eingerichtet, so wie wir es hier sehen. Manchmal haben wir hier dann nochmal die Kartenansicht, dann, ähm, kann man hier tatsächlich relativ einfach, die einzelnen, ähm, Dokumente, beziehungsweise, dann kann man hier tatsächlich relativ einfach natürlich die E-Mails sehen, beantworten, weiterschreiben, Signaturen, ähm, digitale Visitenkarten können wir hier einbauen, mehrere Mails auf einmal und so weiter, ähm, das läuft tatsächlich ziemlich gut. Allerdings muss man sagen, ist das bis jetzt der Mail-Client. Mail-Server, daran haben wir uns bis jetzt noch nicht ran getraut. Ich würde auch selber keine Mail-Server selber betreiben und, äh, ich sag mal, ähm, ja, pflegen, weil das tatsächlich doch sehr, sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und, äh, auch viel Anpassungsarbeit, weil sich eben sehr, sehr viel in dem E-Mail-Business wegen des Spam-Problems halt bewegt und, äh, nochmal verändert und dann ist es tatsächlich schon nochmal eine große Herausforderung, das wirklich gut, ähm, zu garantieren auch dem Kunden, ähm, dass die Mails auch wirklich überall ankommen. Manchmal muss man dann auch nochmal selber Hand anlegen und je nachdem, wen die IP zuvor gehört hat, kann es dann nochmal schwerer sein. Also, ich würde da ganz klar von abraten, da geht es dann eher an, ähm, Partner, die das dann, ich sag mal, mit der E-Mail dann übernehmen. Da haben wir dann aber auch verschiedene. Oder man nutzt halt eben, wenn man auf Exchange ist, halt eben noch für eine Zeit lang, für die Übergangszeit Exchange und stellt dann nochmal wann anders diese E-Mail-Postfächer um. Ja, achso, apropos Kompatibilität, ähm, manche Firmen oder viele Unternehmen haben noch einzelne Programme, die nur auf Windows laufen. Das kann man tatsächlich, äh, damit beheben in der Übergangszeit, dass man hier noch auf ein Windows in der Box, so nenne ich es immer, oder so wird es auch am Ende, ich sag mal, immer verkauft, weil wenn man sagt, okay, man nutzt jetzt hier eine Virtual-Maschine mit Virtual-Box oder sowas, dann, ähm, wird da erstmal auch immer ein bisschen zurückgeschreckt, beziehungsweise wir wollen natürlich das auf einem technisch einfachen Level halten wie möglich. Von daher nennen wir es einfach Windows in einer Box, ist es ja am Ende auch. Wir haben hier Windows jetzt in einem Fenster, ähm, was wir dann hier auch, äh, öffnen können und nutzen können und das Windows dann quasi auch ganz normal in dem Rechner hier integriert haben. Mit der Zwischenablage, mit einem geteilten Ordner, wenn man möchte und beispielsweise auch einen Anschluss dann an die Nextcloud, wenn man eben möchte, ähm, und dann läuft das tatsächlich auch ziemlich rund. Da haben wir eigentlich auch immer noch ein paar, also nicht alle, ähm, die das nutzen, aber doch schon ein paar, die dann da immer noch ein Windows zur Not auf manchen Rechnern in der Box haben, wenn man dann doch nochmal verschiedene Programme hat, die dann auf Linux noch nicht so super laufen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, geht es weiter mit der Cloud-Komponente. Wir haben tatsächlich auch nochmal ein komplettes Portal, äh, wo man dann alle Dienste, alle Online-Dienste auch nochmal zusammengefasst sieht, ähm, das ist noch relativ einfach, da wird später alles in die Zentrale integriert. Wir kommen gleich auf die Zentrale zu sprechen. Ähm, wir haben einmal für Meetings Jitsi, was ich auch tag und täglich verwende, ähm, und, äh, man kann hier relativ einfach irgendwelche Meetings starten, andere Leute, ähm, ich sag mal einladen und den Link teilen und dann kann man miteinander im Webbrowser ein Meeting führen. Das ist, ich sag mal, der Meeting-Part und wenn man dann tatsächlich doch eine Teams-Alternative sucht, in Form von beispielsweise auch, ähm, Kommunikation, ähm, in den verschiedenen Teams, dann ist Rocket Chat die Wahl, ähm, dort melde ich mich mal schnell an und da können wir dann in verschiedenen Kanälen oder Direktnachrichten mit den Leuten dann kommunizieren und dann in Gruppenchats hier eigentlich alles machen, was man möchte. In eigenen Threads beispielsweise, ähm, man kann Reaktionen hinterlassen, man kann Audionachrichten reinschicken, ähm, Nachrichten in jeder Hinsicht formatieren, ähm, alles Mögliche, was das Herz eigentlich begehrt, auch Dateien von der Cloud teilen beispielsweise, also das läuft tatsächlich ziemlich gut. Ja, die Frage, die sich manche stellen, warum nutzen wir dafür dann nicht direkt die Nextcloud? Die hat ja auch, äh, ein Talk-Feature, wo wir das direkt auch integriert haben, ähm, ähm, wir sind einfach davon nicht überzeugt und in verschiedenen Tests hat sich das leider nicht so qualitativ hochwertig gezeigt, wie wir das jetzt eigentlich erwartet haben und auch nicht so performant. Ähm, von daher sind wir da aktuell auf RocketChat und Jitsi gegangen. Das sind eigentlich beides Top-Anwendungen, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben. Also da kriegt man eigentlich nichts Besseres hin, würde ich sagen. Ja, ansonsten haben wir noch ein ERP-System, da nutzen wir ERP Next, was wir mit anbieten, auch die Administration. Kiwi Tendo könnte man beispielsweise auch noch in den Linux-Arbeitsplatz mit integrieren oder auch beispielsweise eine eigene Datenbank. Und ich würde sagen, 95% der Anwendungsfälle sind damit abgedeckt. Das ist am Ende eine Datenbank mit ganz vielen Tabellen. Man kann eigene Spalten hinzufügen mit verschiedensten Typen, auch QR-Code-Generationen ist da beispielsweise mit drin. Oder man kann auch Formulare erstellen, wo sich dann Leute automatisch eintragen können, was dann hier in dieser Tabelle erscheint. Und man kann das in Kanban-Boards organisieren und so weiter. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, sogar einen Livestream. Von daher gehe ich da jetzt auch erstmal nicht näher drauf ein. Und es ist tatsächlich aktuell auch noch nicht im Standard mit drin, weil wir eben gemerkt haben, das ist gar nicht so häufig angefragt worden. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Zentrale selber. Das ist diese ominöse Linux-Arbeitsplatzzentrale. Das ist eine komplette Eigenentwicklung. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Die verwendete Software überspringen ich jetzt mal, weil wir da eigentlich alles so ziemlich haben. Im Untergrund verwenden wir einmal Caddy als Web-Server. Borg für die Backups ist vielleicht nochmal eine wichtige Sache. Und ansonsten haben wir den Rest eigentlich schon mal gut abgefrühstückt. Genau, für die zentrale Nutzerverwaltung sind wir jetzt mittlerweile von FreeIPA auf Samba DC runtergewechselt, weil das tatsächlich Active Directory insofern unterstützt, dass auch Windows-Clients ziemlich einfach drauf angeschlossen werden. Das heißt, wir stellen da nochmal eine bessere Kompatibilität mit Windows-Clients hin. Und man kann eventuell auch oder man kann auch sehr, sehr gut tatsächlich auch die Linux-Plus-Arbeitszentrale an einen bestehenden Samba-Server anschließen oder an eine bestehende Nutzerverwaltung, dass man hier tatsächlich das Rad nicht neu erfinden muss, wenn man schon als Unternehmen ein funktionierendes Active Directory hat und das weiter nutzen möchte. Dann unterstützen wir das natürlich auch. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu soweit erstmal der zentralen Administrations-Oberfläche. Ich habe euch hier mal ein paar Screenshots mitgebracht. Ich würde sagen, die schauen wir uns selber an. Dazu muss ich mich mal schnell anmelden. Zum einen würde ich sagen, frühstücken wir mal den Max ab. Der Max oder jeder einzelne Benutzer, der nicht Administrator ist, kann sich hier auch anmelden. Wählen wir einmal an und dann kann man hier tatsächlich als normaler Nutzer einmal sein Profil einstellen. Das heißt, man kann den Vornamen, einen Nachnamen, einen Anzeigenamen definieren, der sich in der Regel aus Vorname und Nachname spezifiziert, kann hier aber auch irgendwas anderes eingeben, wenn man möchte. Und tatsächlich auch nochmal eine E-Mail-Adresse. Das kann man alles selbstständig ändern und anpassen tatsächlich. Und man kann natürlich auch das Passwort ändern. Oder wenn man das Passwort vergessen hat, wenn wir uns jetzt hier mal ausloggen, dann können wir tatsächlich auch unser Passwort zurücksetzen lassen. Und das ist eigentlich der Self-Service, den wir da jetzt schon sehr, sehr einfach mit integrieren und was tatsächlich auch schon in verschiedenen Instanzen jetzt schon im Einsatz ist. Ansonsten können wir uns auch als Administrator anmelden. Da ist die Linux Arbeitsplatzzentrale ein bisschen spannender. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Nein, habe ich nicht. Und ihr seht, sie ist super, super schnell. Also ich lade hier die ganze Zeit neu und das Ding rennt wie nur was. Und wir haben natürlich einmal auch die eigenen Profileinstellungen als Administrator. Das ist aber gar nicht so wichtig. Vor allen Dingen haben wir hier die Administration, die uns interessiert. Zum einen haben wir hier einmal die Benutzer-Administration. Hier sind jetzt gerade ganz viele Benutzer auf der Demo-Adresse eingerichtet oder auf dem Demo-Server. Ja, wir können hier einmal Benutzer hinzufügen. Ungefähr genau die gleichen Felder, die man auch bearbeiten kann, inklusive des Benutzernamens. Und man kann auch einstellen, ob derjenige Administrator ist oder eben nicht. Wir können natürlich auch Nutzer bearbeiten und das auch nochmal umstellen. oder natürlich auch die Gruppen selber administrieren. Das heißt, wir können hier verschiedene Gruppen hinzufügen, die dann auch in Nextcloud beispielsweise direkt miterkannt werden oder in Rocket Chat und so weiter, wodurch sich dann auch verschiedene Gruppen-Chats sehr, sehr gut, ich sage mal, durchsetzen lassen. Auch kann man das so konfigurieren, dass man sagt, okay, nur alle Nutzer in der Gruppe Nextcloud dürfen auch die Nextcloud beispielsweise nutzen. Das können wir auch einrichten. Das funktioniert auch jetzt schon mit der Linux Arbeitsplatzzentrale. Am Ende nutzen wir hier tatsächlich die Samba, das Samba-Backend und machen da wirklich sehr, sehr einfache Samba-Konfigurationen. Das heißt, man kann hier auch bestehende Samba-Systeme anschließen und kann das dann auch direkt so bearbeiten. Das ist ja alles ein relativ einheitlicher Standard bei Samba. Das ist eigentlich ganz schön und kann das dann auch noch mal erweitern, je nachdem. Genau, dann haben wir noch einmal auf der anderen Seite die Systemverwaltung. Da haben wir einmal die, ich sage mal, grundlegenden Informationen rund um das System. Wir können unsere Festplatten anschauen, zu wie viel die belegt sind, wie lange das Ding jetzt denn eigentlich gerade läuft, ob Aktualisierungen nötig sind aktuell, können das Ding auch noch mal kurz steuern, indem wir das neu starten, aktualisieren oder herunterfahren. Und dann tatsächlich auch noch vollautomatisierte Backups einrichten können. Das sind dann die Borg-Konfigurationen. Das läuft tatsächlich schon bei Produktivsystemen ziemlich zuverlässig. Seit einigen Wochen, würde ich sagen. Also wir haben jetzt, ich glaube, das erste Produktivsystem vor, ich meine, sechs Wochen damit ausgestattet. Das läuft wie Lottchen. Dort kann man das dann auch noch mal konfigurieren. Und für denjenigen, der da jetzt auch noch nicht so firm ist, da ist dann auch noch mal ein bisschen mehr Anleitung dahinter, wie man denn das dann hier konfigurieren kann. Und dann kann man ja einstellen, wann er das machen soll, wie viele Backups er behalten soll, ob das Repository auf dem Synology NAS ist. Da wird dann nämlich noch mal ein bisschen was weiter eingerichtet, dass das auf dem Synology funktioniert. Und tatsächlich auch, genau, halt alle möglichen wichtigen Sachen. Genau. Das wäre es eigentlich dazu. Dann haben wir das eigentlich schon so, was gerade, ich sage mal, schon produktiv im Einsatz ist. Tatsächlich sind wir gerade auch noch in der Entwicklung von einem Datenimport und Datenexport. Der Datenexport ist selber schon komplett abgeschlossen. Das ist ziemlich schön. Der Datenimport, da sind wir bei den letzten Zügen. Da kann man dann tatsächlich eine externe Festplatte an den Rechner anstecken und dann von dieser dann aus tatsächlich auf einen Nextcloud-Benutzer, das auch synchronisiert mit Samba, dann die Dateien importieren. Das ist tatsächlich eine ziemlich schöne Angelegenheit, was doch auch schnell kompliziert werden kann. Wir wollen das aber so einfach wie möglich umsetzen und die aktuelle Herangehensweise ist da tatsächlich auch ziemlich einfach aktuell. Genau. Dieser Datenimport und Datenexport soll dafür gedacht werden, wenn man mal manuell ein Backup machen möchte oder am Anfang, wenn man Dateien reinladen möchte, das wird dann direkt in die Nextcloud importiert und dann tatsächlich auch die Nextcloud so in gewisser Weise verwaltet. Dafür muss die zentrale Administrationsoberfläche aber auf dem gleichen Server sein, worauf die Nextcloud läuft. Das ist in der Linux-Arbeitsplatzkonfiguration aktuell auf jeden Fall immer noch der Fall. Ja, vielleicht noch mal zu den grundlegenden Fakten der Administrationsoberfläche. Wir haben eben als Technologie darunter einmal Django, das ist ein Python-Web-Framework würde ich sagen und das Ganze mit HTML-Webseiten, die mit Pico, CSS ein bisschen verschönert wurden. Das war es auch schon. Also wir versuchen das so relativ basic wie möglich zu halten. Ansonsten auf der Grundlage darunter, wirklich für die eigentliche Administration, haben wir tatsächlich viele Bash-Skripte geschrieben. Das heißt, dass man tatsächlich dann auch dort, wenn man später diese Administrationsoberfläche nicht nutzen möchte oder mal manuell Sachen anschließen möchte, kann man auch tatsächlich diese Bash-Skripte einfach selber ausführen mit den gewissen Umgebungsvariablen und dann muss man da tatsächlich auch nicht auf die zentrale Administrationsoberfläche zugreifen. Das macht es tatsächlich auch ziemlich schön und einen grundlegenden Support für eine API haben wir auch direkt mit drinnen, was es tatsächlich auch ziemlich einfach macht, später dann weiter zu automatisieren oder auch noch mal in andere Systeme einzubinden. Genau, Samba Active Directory verwenden wir aktuell als Backend für Benutzer und Gruppen. Tatsächlich haben nicht alle unsere aktuellen Nutzer vom Linux Arbeitsplatz so ein zentrales Nutzer-Management, weil es einfach nicht jeder braucht. Tatsächlich soll dann dafür auch noch mal die Administrationsfunktion ohne Samba-Anschluss möglich sein. Aktuell funktioniert das Ding nur mit Samba Active Directory als Backend. Wie gesagt, wird aber auch so weit hingehend erweitert, dass man das auch ohne diesen Sachen nutzen kann. Natürlich dann eingeschränkt, die Benutzerverwaltung und so weiter fällt weg, ist aber klar. Dann einmal die grundlegenden Funktionen, die wir aktuell mit drin haben, haben wir ja schon eben kurz gezeigt. Einmal die Benutzer- und Gruppenadministration, ein Self-Service für die Nutzer, das heißt, dass man selber sein Passwort anpassen kann, ändern kann, den Benutzer noch mal selber konfigurieren kann. Später kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf. Dann auch einmal die Backup-Verwaltung ist drin, die funktioniert auch schon. Der Datenimport und der Export, der ist gerade noch in den letzten Endzügen und die Grundfunktionen und das grundlegende Monitoring, was wir jetzt hier auch schon gesehen haben, ist auch schon mit drin. Das Ganze ist natürlich Open Source, denn das Git-Repository habe ich dort mal verlinkt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den aktuellen Herausforderungen. Was funktioniert beim Linux-Arbeitsplatz vielleicht noch nicht so super? Und zwar natürlich die zentrale Administrationsoberfläche ist aktuell in Entwicklung. Also da kommt tatsächlich noch ein bisschen was dazu. Was da noch dazu kommt, das werden wir gleich genauer sehen. Und die proprietären Industrieformate sind in manchen Einzelfällen nicht zu 100% kompatibel. Beispielsweise hat man jetzt einen Fall, wo eine Firma, ich glaube eine sehr, sehr, sehr große Excel-Tabelle mit ganz vielen verschiedenen Funktionen hatte, die einfach super lange gebraucht hat, in Softmaker-Office Anfangszeichen damit zu arbeiten. Da gibt es noch bei ganz, ganz, ganz großen Tabellen noch manchmal Fehler, aber auch andere, ich sage mal mittelgroße Tabellen, wie sie viele Unternehmen haben, da hat man beispielsweise keine Probleme. Aber manchmal stößt man da doch nochmal auf Sachen und vor allen Dingen beim Umzug von den Daten hin zu den Linux-Systemen, das bedarf dann manchmal dann doch nochmal ein bisschen Anpassungsarbeit. Da versuchen wir aber in Wellen, ich sage mal, umzuziehen und nicht alles von jetzt auf gleich umzustellen, weil das sorgt in der Regel für viel Frust und Chaos und das ist bei einem Unternehmen vielleicht auch nicht so gut oder auch bei, ich sage mal, einer einzelnen Person natürlich. Aktuell haben wir tatsächlich eine weitestgehend manuelle Einrichtung von Desktop und Server. Das heißt, wir sitzen da noch teilweise ein paar Stunden dran, bis so eine neue Linux-Arbeitsplatzinstanz eingerichtet ist. Das versuchen wir langfristig auf jeden Fall auch zu forcieren und das System ist tatsächlich auch leider gerade nur so sicher wie die Nutzer. Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wir nur in der Nextcloud drin, in den anderen Systemen noch nicht. Langfristig werden wir uns da auch in Richtung Single Sign-On bewegen. Das dauert aber tatsächlich noch ein Momentchen. Außerdem der Import von bestehenden Systemen, wie beispielsweise, dass man sagen kann, okay, ich importiere jetzt meinen Mail-Account von irgendwo hin dann in mein System rein oder ich importiere meinen Kalender vollautomatisch beispielsweise von allen Mitarbeitern dann direkt in das neue System. Das ist tatsächlich bis jetzt weitestgehend manuell. Mit ein bisschen Schulung kriegen wir das aber auch ziemlich gut hin und in der Regel helfen wir dann auch nochmal selber kurz, wenn es dann nochmal kompliziertere Sachen gibt und dann kriegt man das auch hin. Aber es ist eben noch nicht so komfortabel und das wird tatsächlich auch langfristig ein bisschen schwierig werden, weil da die ganzen Protokolle und Zugänge von den proprietären Firmen nicht immer so sind wie gewünscht, dass man sich das wirklich rausziehen kann in irgendeiner Weise. So, was kommt jetzt tatsächlich? Tatsächlich bis Weihnachten, ich hoffe, wir können das Versprechen gehalten, soll diese zentrale Administrationsoberfläche so erscheinen mit dem ganzen Spaß, den wir hier drin sehen und tatsächlich auch schon eine Ein-Klick-Installation für kleine Instanzen, die wollen wir bis Weihnachten auch fertig haben. Das heißt, wir wollen am Ende eine einfache ISO-Datei tatsächlich rausbringen, dass man dann auf den eigenen Server installieren kann und mit einem Klick soll das Ding dann laufen und sich selber einrichten. Das ist das Ziel. Wir wollen da genauso gut werden wie natürlich die proprietäre Konkurrenz. Ja, da sind wir gerade noch in der Entwicklung und bis Weihnachten ist jedenfalls das Ziel, dass wir das fertig haben. Außerdem auch ein einfaches Deployment für die Cloud ist dann halt natürlich auch in der ISO-Datei mit drin und ein einfaches Client-Management soll auch schon reinkommen, dass man tatsächlich die Linux-Rechner vor allen Dingen dann zentral verwalten kann, Software installieren kann, Software deinstallieren kann und ich glaube, das wird es erst mal am Anfang auch sein und das ist tatsächlich die Roadmap, die bis Weihnachten tatsächlich dann fertig sein soll, umgesetzt sein soll. Ein eigenes kleine Betriebssystem auf der Basis von Debian ist eventuell langfristig auch angedacht, um ganz einfach ein bisschen unabhängiger zu agieren und tatsächlich, dass sich das natürlich auch automatisch anschließt an den Linux-Arbeitsplatz. Das heißt, man installiert es und es meldet sich automatisch bei der Zentrale an sozusagen und man hat den Rechner direkt im System integriert. Das ist auch das Ziel, sage ich mal, vorerst und dann haben wir natürlich noch viele, viele weitere Optionen und auch in der Benutzererfahrung auch nochmal verschiedene Verbesserungen geplant, was dann auch langfristig kommen soll und eventuell natürlich noch viel, viel mehr. Wir wollen aber natürlich auch erst mal die ersten Schritte dann schaffen. Aber tatsächlich, zusammengefasst, haben wir jetzt auch schon ein offenes, sehr einfaches IT-Gesamtkonzept für kleine Unternehmen bis zu 100 Mitarbeitern. Wir wollen damit die Alternative zu Microsoft 360 und Google Workspace sein und man kann dann tatsächlich da wirklich digital souverän dann ja eben Linux nutzen und durch einen modularen Aufbau und diese einfache Struktur, die wir im Untergrund haben, das ist wirklich, man kann relativ einfach neue Module anschließen, haben wir dann auch so eine große Flexibilität und später durch die einfache Zugänglichkeit vom Linux-Arbeitsplatz, wollen wir das dann natürlich auch weiter an den Mann bringen und nicht nur manuelle Installationen durch uns überlassen. Ja, tatsächlich haben wir alle verschiedenen Skripte und Guides, die wir in der Regel für den Linux-Arbeitsplatz verwenden, auch veröffentlicht auf GitHub. Schaut da gerne mal vorbei. Weitere Informationen gibt es beim Linux-Arbeitsplatz selber. Wenn jemand Interesse hat, dort einmal den Linux-Arbeitsplatz selber zu nutzen, schaut da gerne auch auf die Webseite. Dort findet ihr genug Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer und wenn ihr tatsächlich mitarbeiten wollt oder Ideen, Input habt, dann freuen wir uns natürlich auch darüber sehr gerne. Denn ja, aktuell sind wir dann noch relativ klein. Das Projekt ist noch nicht mal ein Jahr alt, aber wir sind da tatsächlich ziemlich zuversichtlich, dass wir da in der nächsten Zeit ziemlich weit mitkommen und das jetzt schon vorhandene, gute Konzept weiter ausbauen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe ein letztes Mal ab an die Moderation.